Lachfläsch ist immer geil. Ich werde dich echt. Irgendwann zuckern die Baummuskeln. Wo ist sie denn? Ich will auch mal gucken. Sieht doch echt gut aus, oder nicht? Kennst du was bei den Kinderelefanten machen? Mit dem Arm? Ich meine, ich kann ja auch schießen. Da erinnert sich auch nichts. Jetzt bräuchte man eigentlich noch, wenn der Ball der uns einen Flieger macht. Das wäre geschlecht. So, ich setz mich. Jetzt muss ich mich muten. Oh mein Gott. Ja, was machen wir mit dem jetzt? Schöner Animationspark. Ach, mit Projekt Arschloch. Wollen wir mal versuchen, hier reinzuziehen? Hier mal ein bisschen weiter wegzuziehen von da? Ich beende erstmal kurz die Aufnahme. Das müssen wir unseren Zuschauern vorenthalten. Das Versuchsobjekt Alpha, das kommt ja später. Das Versuchsobjekt. Ich bin ein bisschen weiterer. Ich bin ein bisschen überwesend. Ich bin ein bisschen weiterer. Das ist das Schöner gigantisch. Vielen Dank.